Ich heiße Julia Birk, bin zwölf Jahre alt und trainiere beim TUS Chemnitz-Altendorf. Meine Mama ist Trainerin, hat mich dann als ich klein war in die Halle gebracht und da habe ich dann ein bisschen selbst angefangen und dann hat sie mich weiter trainiert. Ich heiße Lea Quaas, bin zwölf Jahre alt und trainiere beim TUS Chemnitz-Altendorf. Durch meinen Papa, weil der auch mal geturnt hat und dann wollte ich das auch mal ausprobieren. Ich heiße Catalina Santos, bin zwölf Jahre alt und trainiere beim Turnteam Fischl-Forst. Ich bin durch meine Geschwister zum Turnen gekommen, weil sie selber geturnt haben. Das hat mich schon seit kleinem auf inspiriert und deshalb habe ich damit auch angefangen. Mein Name ist Julia Dummrath. Ich bin elf Jahre alt und turne beim TV Herkenrad. Meine Mutter, sie hat im Studio mal geturnt und dann war ich auch beim Babyturnen und das hat mich halt so inspiriert, dass ich es so toll fand und dann habe ich weitergemacht. Ich trainiere sechsmal in der Woche und jeden Tag drei bis sechs Stunden. Mein Lieblingsgerät ist der Boden, weil man da auch so durch die Luft wirbeln kann und es ist einfach Spaß machen. Wir arbeiten im Moment beim Kaderlehrgang am meisten an den Übungen. Dass wir die Übungen stabilisieren und dass bald wieder Wettkämpfe kommen. Und dann kann man auch ab und zu mal gucken, was die anderen schon können. Wir arbeiten im Moment beim Kaderlehrgang am besten. Wir arbeiten im Moment beim Kaderlehrgang am besten.